Ich würde mir wünschen, es wäre erlaubt. Es ist ja nichts, was die Menschen in der Umgebung betrifft, sondern es ist ja nur für die eine Person. Wenn es der Wunsch ist, dann ist es doch in Ordnung. Dass ich die Möglichkeit hätte, das zu machen, also ich würde schon, doch, das fände ich schon gut. Wenn ich Mediziner wäre, wäre ich sehr dankbar um den Psychologen, der auch daneben dran ist, um einmal den Schmerz zu lindern. Leute, die sterben wollen und wirklich merken, dass die halt wirklich gar keine Überlebenschance haben, finde ich, sollte man die gar nicht weiter quälen. Also wäre ich Psychologe, dann würde ich mich fragen, was macht sein Leben denn noch lebenswert? Und die sollte man beantworten. Wenn wirklich keine Verwandten da sind von jemandem und es wirklich aussichtslos ist, würde ich mal sagen, dann ist es schon legitim. Wenn du dann auch noch krank bist, nicht wer dann, also ich meine, was bringt es das dann noch? Aber wenn es halt von jemandem ganz viele Verwandten da sind und die halt nicht wollen, dass er jetzt irgendwie einfach so abtritt und hoffen, auch noch besteht, dann auf keinen Fall. Sofern aber noch einer oder mehrere Sinne noch am Leben sind, sollte man die nutzen. Und dafür sollte man, ja, Geld investieren, mehr darin investieren als in die Diskussion überhaupt, ja oder nein. So ein Umring eigentlich, also ist schon ein bisschen krass. Ich glaube, das ist auch so, ähm, dann die Moral vielleicht, ist komisch. Naja, dass es die Option halt gibt, dass ich mich sozusagen noch entscheiden kann. Ich denke, und so schade es auch klingen mag, kommt irgendwann mal an einer Stufe das Thema Geld zur Sprache. Und in dieser Stufe Geld würde ich viel lieber sehen wollen, dass es mehr um das Erleben geht, ja, also dass es, ob jetzt, ob es jetzt um das Thema Sterben geht. Es sollte davor noch geguckt werden, dass man vielleicht ein bisschen Geld dafür investiert, dass man mit den Kindern oder mit den Jugendlichen oder mit den Älteren noch im Erleben investiert. Was sagst du dazu? Über was denn? Sterbehilfe. Sterbehilfe? Ja. Was ist das? Egal. Okay, danke. Dank dir, ne? Dankeschön. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.